Huch, huch! Hä, wie ging das noch? Oh, jetzt bin ich ganz raus. Ups! Oh, hellbar! Boah, warum, warum? Ja, Dave, machen wir schneller hier. Ja, ist doch schon wieder eingeladen hier. Ich sehe gerade Mario 2, also Mario, der hier im Chat ist, der hat auch Speedrunners, sehe ich gerade. Der ist nämlich in der Anfang der Liga auf Platz 1 385 Punkten von der Steam-Liste. Aha! Ich habe mich auch beworben, ich wollte schon sagen. Was zum... Nehmen wir heute auslösenweise mal was Neues. Ich bleib beim Rüsen. Ne, ich muss dich ja wegsnipe. Mit seinem Geweih. Ich kann die Steuern überhaupt nicht mehr. Spielst du mit Pad oder mit Tastatur? Tastatur, aber die haben, glaube ich, geändert. Boah, ist das schwierig. Du wirst verlieren. Nimm lieber Controller, ist besser. So, wie war die Steuerung? Wie sieht die schul aus. Oh was? Der Zinny! Ich danke dir für deinen Host. So bei den 24 People hast du bei dir gehabt. Na, Jesus. Herzlich willkommen. Ach Gott, da fällt man ja runter. Ups. Nein, wirklich? Oh, was? Nein, 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 nein. Oh. Lol, die Sounds. Ja, wirklich? Fuck. Oh, nette Haken. Oh nein. Oh. Mann. Ich hab noch einen Haken. Ja, ich seh's gerade. Gefällt mir nicht. Was? Krall die mir gerade nicht. Tschüss. Ja. Das war noch gar nichts. Was? Wow. Ach, fuck. Ich glaub, die Haken kommen jetzt zurück, oder? Naja, glaub auch. Wow. Was? Was war das denn? Yes. Yes. Alter, die Haken. Die waren zu viel. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Okay. So, wir sind bereit jetzt. Aber Zinni, vielen Dank für das Host. Und herzlich willkommen an den neuen Zuschauer. Ist bereit. Ja, gut. Das ist nur der Charakter, der stark dran ist. Ähm, dann wollt ihr einer mitspielen, ne? Don Lenn, möchtet ihr gerne mitspielen. Aber erstmal, das war's. Saarländer, ne? Saarländer, ne? Saarländer, ne? Saarländer, ne? Dankeschön. Erstmal der Saarländer, oder? Ja. Ja. Der Saarländer dann schon. Das wäre jetzt ein... Ach. Das wäre jetzt ein... Warte mal, ich muss noch kurz das gucken. Der Wurstesser. Hm. Vlogboy. Hm. DLC ist für, äh... Speedrunners? Echt? Ja, ja. Dieser, äh... YouTuber-Bug da. Ach so, dass du PewDiePie spielst und sowas alles, ne? Genau. Und... Markiplier und sowas alles. Genau. Das gibt es. So, Saarländer, was ist los? Ich hab die eingeladen. Ja. Hat der Raum gedreht? Erstmal der Saarländer. Ne? Ich seh auch noch gar nichts von dir. Hier steht Warte, oh Freund. Oh Freund? Steht hier. Aber nicht. Ach ne, Assi hat man ja ausgemacht, ne? Ja, genau. Ich lad dich nochmal raus und lad dich nochmal ein. Ne, also geht doch. Ja. So. Find ich geil. Find ich geil. Find ich geil. Verkackst du's ja jetzt. Ihr setzt zwei Euro auf mich. Genau. Ja. Sieht von dir aus, du. Lass uns Speedrunner spielen. Bomber Olsen. Guck mal, ich erweihbar. Schlaf gut. Gott. Ich verkeck das komplett. Ich glaub ich kann nicht springen. Was ne Scheiße. Ja, Controller, ne? Ja. Beste. Nein. Kauf dir einen Controller. Verdammt, ich dachte hier. Ich hab wohl... Nein! Zwei. Gehen die Zacken. Oh. Fuck! Nein! 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 Damit hab ich überhaupt nichts gerissen. Ich zieh. Ach, war glücklich. Ja, sehr gut. Hallo? Hallo, Linda? Ja, ich bin grad Steuerung einstellen. Ist egal. Klasse, mitten im Spiel. Wo geht's denn so bei dir? Ja, also Auftrag für dich auf jeden Fall. Kauf dir einen verdammten Controller. Ja. Oh Gott, das können es lustig werden. Xbox 360, Controller hab ich auch ins Bestes. Ja. Hast du den Xbox One? Nee, ich hab ein Rumble Pad aber. Ich kann's holen. Egal. Du brauchst ja nur ein paar Knöpfe dafür. Du brauchst ja nur ein paar Knöpfe dafür. Genau, hakt ihr euch mal weg. Ich hab meinen Haken noch. Oh. Ach so. Ja, Bait. Nein! Nein! Hm. Ah, ich liebe die Knöpfe. Ja! Fuck, 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 fuck! Ja! Geil, Sau! Wer als erstes den Haken verschwendet, verliert. Ja, ist echt so. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Oh nein! Ja, es war gut, Ossi. Es war so gut. Es war so gut, Ossi. Der war fies. Jetzt reicht's. Der Boost! Da ist er. Uwa! Uwa! Easy! Alter! Ja, mit Raketen können wir ja, ne? Naja. Jedenfalls weißt du, mit einer Rakete umzugehen. Ja, weiß ich. Nein! Oh, fuck! Oh, genau! Der hat gerade so noch den Boost kassiert. Fuck! Verdammten Kisten! Ja! Ja, denke ich mir auch gerade so. Ach, diesmal war nichts. Nein! Der hat meinen... Gott war der dreist, der Move. Der war richtig dreist. Hast du richtig gut genutzt. Selbstverständlich! Aber ich hab die Kugel gar nicht gesehen, dass die da... ...ankam. Oh, fuck! Ja, die hab ich gesehen. Na, hat's Spaß gemacht? Ja, nicht wirklich. Nein! Hilfe! Was? Was? Hey! Ja, sehr gut. Nein, nicht gut. Nein! Noch gut. Nein! Ah, scheiße! Ach, war doch okay. Ach, der war scheiße gesetzt. Nein! Die Kiste war aber wieder gut. Ja, der war auch gut. Oh mein Gott! Ja, der hilft einfach rumfest. Was? Was? Er klitscht sich durch. Was ist da los? Das war scheiße. Hm. Das war gut aus Gewicht. Ja, wirklich gut. Ja, wirklich gut. Wirklich. Ach. Oh, das war so Drecksauer der Dave. Guck mal, er rutscht einfach weiter. Oh, oh. Oh, was wir mit dem Eisstrahl schon für lustige Sachen hatten. Oh, ja. Oh, no. Nein! Oh, ja. Das war ja super. Das war gut. Nein! Oh. Oh. Ich hatte keinen Sprung mehr. Hinter mir. Dankeschön. Das war ziemlich gut. Hauptsache der Rote ist, äh. Genau, der Rote muss weg. Alle anderen egal, weißt du? Aber der Rote ist so ein... Oh nein! Ja, tschüss. Na toll, kein Bauer. Aua. Mhm. Ups. Oh. Oh, da. Ja. Ach, komm schon. Nein! Nein! Oh, Alter! Was ist das? Nein! Oh, was? Oh, mein Gott. Sehr geil. Oh, nein. Oh, nein. Oh, schön. Aber ich schieße mich doch selber ab mit der... ... mit der... ... mit der... ... mit der Kede. Boah. Sehr geil. Boah, war das am Schluss so scheiße. Aber das wird doch schon... Einen größeren Fisch. Mich! Aber ich hab sie jetzt langsam wieder raus. Sehr gut. Das wird noch schlimmer. Also was wir schon erlebt haben. Ja, ja. Das kannst du keinem mehr erzählen. Echt so. Danke. Bitte. Ah. Toll. Ja, ja. Macht nichts. Ja, ja. Aber... Easy. Ein guter Mut und das ist einfach durch. Gibt's ja nicht. Ja, bei mir aber wieder. Wie immer. Was denn? Was war los? Ja, hier. Der hat die Steuerung nicht gespeichert. Kontrolle. 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 Hol dir mal den... Hol dir mal Dave gleich. Und dann stamm ich mir auch nochmal und zieh nach hinten. Nein, nein, nein. Ihr habt ja alle in den Hagen. Ja, natürlich. Was ist das für eine Scheiße? Oh Gott. Ja. Nur für dich, Dave. Nur für dich. Das ist... Was? Oh, das vibriert. Schön. Nein! Nein! Boah. Alter, die kam von da wieder weg. Ich weiß schon, wer gleich ganz laut anfängt zu lachen. Nein! Oh, Alter. Wie er schreit. Nein! Nein! Ja! Alter! Was? 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 Was zur Hölle? Alter, das... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Was? Nein! Nein! Ja! Jawohl! Nein! Nein! Okay, direkt! Geht direkt in den Brain! Ach Gott! Alter Schwede! Das war krass! Der war mies. Was? Okay, ich muss jetzt erstmal mit der Steuere-Klar-Klar-Kauf-Controller. Aber... Okay, gut. Was? Ja, nimm mal weg. Ich mach grad... Scheiße. Oh, was? Ah, schnell! Hatten! Nein! Nein! Ja! 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 Oh, supergut! Ach, der Saut! Mann! Drecksau ist vorne. Denker weißer Eimer. Ja, dann bin ich halt gleich direkt vorne. Yes! Shit! Dave darf nicht gewinnen. Darf er nicht. Verschwörung. Laut Oss ist ihm recht. Oss ist ihm recht. Was ist das denn? Danke für den Boost. Ja, bitteschön. Ich bin ja sozial, ne? Oh nein! Nein! T-Dich! Boah, was? Oh, was? Hä? Ah, Conan hat mich im Hacken gehabt noch. Ach so. Er wollte ihn auch einsetzen. Was? Nein! 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 Ja, das ist gut. Da kann ich noch nix anfangen. Du wirst... Du warst aus dem Bild. Ja, ich weiß. Ah... Geryls Eigenlook stinkt. Egal was du tust, lass Dave nicht gewinnen. Oh, wir stehen genau in der Kugel drin. Ja. Ich nicht. Boah, war das wies. Ich geh mal ganz kurz hier aus der Runde raus. Ja. Jetzt mal richtig alles einzustellen, weil... Ja... Musst du denn noch ein Pad einstellen? Ja, Pad, ja. Weil... Ja, ich weiß... Der Speed ist irgendwie ganz komisch. Die Knöpfe... Dass ich das hier jetzt mal richtig hab. A springen, B einsetzen, Y... Rutschen. Alles anders. Komisches Pad. Ja. Catherine! X Catherine! Äh... Hi! Schön, dass du da bist. Stinker Masu ist da. Taxonic. Vorjentz. Wir haben...